Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und jetzt spielen wir eine Runde Cosmo-Tor und wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben und ja greifen wir das doch schnell an. Ach der Ernst hab ich so lange für das Ding? Respekt. Und wir werden jetzt in die nächste Galaxis ziehen, ich nenn ihn jetzt mal ziehen und dann haben wir einen ganzen Planeten befreit und das ist schon mal eine Herausforderung innerhalb von ich glaube zwei Folgen, ne drei Folgen mit der hier vier zu schaffen. Ich schau wie wir schaffen nur zwei Planeten, also den hier und den. Und ihr könnt natürlich auch eine positive Bewertung dalassen und ein Like. Darüber würde ich mich freuen und bitte schreib was in den Kommentaren, damit ich auch was zum Schreiben abgeholt und wenn ihr wollt, dass ich mal mit meiner Freundin ein Video aufnehme, dann Like das Video jetzt. Ich hoffe, die schaffen wir hier. Und mal schauen. so jetzt ich bin 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 trotzdem von euer geld und so gefahren jetzt ist sie nur so es ist da drauf da drauf ja perfekt ist er gern dort obwohl ich da ein fliegt ein der königsten immer so manövrierfähig sein das ist kaputt gut wir haben richtig schwere schienen halt auch wir haben auch noch zwei schäden noch nicht gerade kaum schießt da drauf schießt ja ich glaube er hat auch besiegt wir haben 103.000 gekriegt und wie viel ja doch hat sie finanziert und sie finanziert auch nie kann so wie er werden wir wohlfühlen komplett schrott immer noch etwas leute ein bisschen zuhause ich bin ich auch haben kann jetzt kurz laut sein ich bin mir nicht sicher wie viel das jetzt hier ist Ja, das geht, oder? Das geht. Ach, du, Eiliger. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Schuss. Was ist das da? Ach, du, Eiliger. Wann mit ihm? Äh, schieß da drauf. Schieße, durchkommen. Jetzt erzähl, komm, durchkommen. Komm, 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 komm. Oh, schieße, die Schieße sind tot und die Schieße sind so davon. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Ja, wir sind so tot. Schade. Wir sind so tot. Schade, ey. Komm, mach die kaputt, mach die kaputt. Ja, gut. Schieß durch, schieß durch. Bitte, bitte, ich flieh dich an. Ich flieh dich an. Bitte, bitte. Das können wir da einfach hirn. Schieß da durch. Ja, fuck. Verdammt, Alter. Verdammt. Der hat uns einfach zerstört, Leute. Einfach zerstört. Alter. Das, ähm. Ja, wofür hat das so. Jetzt hatten wir jetzt. Das da. Immer das da. Ja, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen weiterbauen. Wow, der hat uns komplett auseinandergenommen. Uwe, was war das? Das war lächerlich. Das war das. Der hat uns so auseinandergenommen, Alter. Das ist, äh. Ah, ist das Alltag noch? Da haben wir jetzt hier nicht alles. Okay. Ja, wo wir mal hier ein Grunde genommen haben, das war ja nicht zugeführt. Da unten aber noch. Ähm. 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 Ja, ich habe jetzt eigentlich so gemacht, oder? Ähm. 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 Okay, macht das da weg. Hallo, macht das da jetzt weg. Hallo, macht das da jetzt weg. Weil manchmal ist Spacklicht da und irgendwie... Ähm. Ähm. Weiß nicht, wohin was liegt. Ähm. Ja. 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 Ja, ist ja jetzt auch egal. Ähm. Und ähm. Wir brauchen, finde ich persönlich, also irgendwie die Panzerung, naja, hm, wir haben es gerade gesehen, hm? Was ist das hier eigentlich? Mal das mal da hinten rein. Also, schreibt mal in die Kommentare, was dieses S besitzt. Habt davon keine Ahnung. Ihr weiß davon noch nichts. Was macht das S? Was ist das? Da. Super Armor. Ah ja. Ach so. Ja, warte. Nö, ich doch einfach auch hier vorne. Da knallt das Ding auch hier vorne lieber voll. Boah, ich hier heute hin. Weil das Super Armor geht. Besser. Boah, stärker. Sagen wir es mal so. Angeblich. Und tut mir jetzt auch so leid, dass es hier so lang wird gerade. Am besten, ich mach kurz nen Cut, wenn wir hier fertig sind. Ciao. So, Leute, da sind wir auch schon. Ich bin jetzt kurz fertig. Und, äh, ja, das wird jetzt bisschen mehr als 10 Minuten gehen, aber überziehen wir halt kurz. Bisschen. Weil ich hab da jetzt auch eigentlich, hab's jetzt versprochen und das bleibt ja so. Ja, schieß es einfach. Schieß es einfach. What? Fuck. Da, 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 da. Haben wir schon große Verstehen? Ja, ne, nur die Schilder halt. Die Schilder haben wir ein bisschen viel abgekriegt. Ach, die Kampfunfähig. Komm, volles Feuer. Ja. Können wir mal sehen, wie schwach wir sind. Wollen wir da noch schnell was drauf? Da noch. Ne ganze Salbe. Oh, hier unten sehen wir's. Die rechte Flange ist komplett weg. Da, da drauf, da drauf. Fuck, der hat mir ja den Seitenjahr oder noch was, ey. Das schafft er ja nicht. War drin kurz. Also, ich will ja jetzt hier nicht mehr kommen, dass ich hier die ganze Zeit rumschwumle, ey. Aber ein bisschen Spaß muss ja sein, ey. Du da. Greif an. Mach hin. Ich nehm auch, ich schweige dich hier. Wo seid ihr hier? Ich mein, ihr seid eh gleich alle beide tot. Also, die ist da drauf. Die ist da drauf. Na, wie viel Power haben die beide zusammen? Naja, jetzt ist er auch schuldig mal mehr. Oh, ein drauf da. Oh, ja, wir können mal da schnell abschießen. So. So. Zoll, die Aufnahme steckt ab 10 Minuten ungefähr immer. Ähm. Schießt mal drauf. Schießt mal drauf. Und. Wie sieht der aus? Autospeicher, okay. Alter. Ah, zusammen sind die stark. Oh, jetzt hat der natürlich das nicht. Wer mal kurz entsteht und ich mach das Gott bei dir auch noch. So, Leute. Und, ähm. Ja, jetzt hab ich das bei beiden gemacht. Und, ähm. Ja, mal schauen, wie schnell die da hinten sind. Mal weiter. doch. Know. Kendi, theoretisch auch. Oh. Warte, Gott. Mein Rücken. Ich schau mal kurz was zu drehen. Ihr könnt beobachten, wie er weiterfliegt. so jetzt bin ich wieder da und so auf fast rechtzeitig kommen das ist so richtig ekelhaft bis auf hier ist er ist so ein er okay wie ich schon an die beiden zusammen genommen der eine hat hier irgendwie war du wissen der ist er doch hätten der fahne kriegt also ja die haben den hier getrunken so leute tut mir leid meine katze hat hier gerade irgendwas umgeworfen kann man das da hinten angreifen hier perfekt bevor wir kriegst nein voll weg fliegt allein sind die halt nicht unbedingt ziemlich stark also auch die sind ziemlich stark alleine naja wir müssen die kampfung fähig machen kaum weiter über 3 komm Komm, schieß da drauf, schieß da drauf. L3. Deiner hat einen Charmin. Schieß da drauf. Bruder, was ist mit seinen Dingen los? Hier. Funktioniert euch hier hin. Hier hin. Positionieren euch. Ihr müsst da drauf schießen. Ich glaube, einen verlieren wir. Aber ich bin mir nicht sicher. Schieß da drauf. Da drauf. Da drauf. Sag, das haut hier so gut rein. Was haut hier so gut rein? Was haut hier so gut rein? Ja. Ja, die haben halt diese ganze Flanke erwischt und bei denen, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist sinnvoller. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, es ist sinnvoller einverkaufen. Aber jetzt können wir einfach hierhin gehen zu dem und können wir jetzt noch mal heranbauen. Das war ja nur kurzzeitig. Das war ja nur kurzzeitig. Ähm. Wir müssen halt nur gucken, dass es irgendwie mit den Schillen und so klappt. Ich meine, die Schillen ist ja nicht schlimm. Äh. Die können wir halt von mir aus auch... auch... Ehh. Ja, gut. Dann können wir ja schon ein bisschen weiter außen bauen. So ungefähr. Da haben wir hier noch ein ganz kleines bisschen Platz. Unser ganzes Schiff besteht einfach... besteht einfach mal auf Betten. Oh, Bach hat mal jemand das denn will. Hab ich überlegt, ob wir ähm... Halt, ähm... Anstatt diesen Ding davon... Ich weiß ja nicht, wie stark das Ding ist. Hm. Oh, anst... Anstatt halt das irgendwas anderes dahinter, wie zum Beispiel sowas da. Woll's vorm Platz gehauen? Vorm Platz, ja. Hä, wir sparen sogar noch. Na, ich weiß ja nicht. Aber naja, gut, mach mal. Und dann fangen wir mal gleich in die nächste rein. Das wird heute bisschen länger. Ähm... Und ich würde sagen, wir machen auch nur vier Minuten. Und dann geht's mal los. Hinder. Am besten, ich mag kurz einen Cut, wann wir äh, beim ersten Gegner sind. So Leute, das ist unser erster Gegner hier. Und... Wow. Das ist, äh, krass. Das ist, äh, verdammt krass. Das ist, äh, verdammt krass. Schauen wir nicht allein. Guck mal an. Wir fett diese Geschütze reinhauen. Oh, da hat er unsere ganze Flanke zerstört. Tse, 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 tse. Was ist das? Ey, Leute, das, das tut mir jetzt echt leid, aber... Ich kann nicht anders. Was soll ich denn machen, ne? Das, 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 die wir jetzt zerstören, äh. Das, ich, ich kann ja nie viel mehr machen. wenn das Schiff kaputt ist, ist es kaputt. Und ich schreibe euch das jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Warum sieht das aus wie ein Penis? Nö. Ja gut, dann müssen wir irgendwas von hier rumnehmen. Oh, dann nehmen wir einfach das hier. Schicken dich mal hier vorne hin, greif mal das an. Angreifen, angreif. Warum kannst du nicht schießen? Komm her. Schieß. Schieß den an. Los, hin da. Ach hin. Was bummt denn da so heftig rein? Die Dinger? Äh, okay. Pff, jetzt kommt das so hin, Alter. ne? Okay, schieß... Schieß hier vorne hin, schieß hier vorne hin. Schieß hier vorne. Ach das dann? Ach das, ach das. Alter Bruder! Aber wir haben ein Schiff heute verloren. Oh, was schießt? Okay. Und, ja, wir haben fast kein Geld mehr. Obwohl, wir haben doch noch Geld. Und, ja, Leute. Damit würde ich sagen, einen Gegner schaffen wir bestimmt nicht mehr. Und, ciao, ciao. Euer Gameplayer100.